Die Welt der Finanzen ist sehr komplex. Wir liefern die Expertise, das Know-how, die Experten. Alle zwei Wochen, montags, auf smartes Geld. Heute Dr. Hendrik Leber, der Gründer von Akatis. Wir denken strategisch, fundamental, und analytisch. Am Ende entscheidet der Mensch mit großem Erfolg. Akatis. Herr Dr. Leber, gut fünf Wochen sind im neuen Börsenjahr vorüber. Gibt es für Sie schon jetzt Anlass für eine Justage, eine Neubewertung? Das war schon ein bisschen schwacher Start in das Jahr hinein. Normalerweise ist es ja so, dass viele Fondsmanager zu Ende des Jahres ihr Portfolio aufräumen, rauswerfen die Aktien, mit denen sie nicht gesehen werden wollen und die vielleicht im Januar wieder reinkaufen. Da gibt es im Januar häufig so einen kleinen Schub. Gab es dieses Jahr nicht. Aber es gibt so viele Statistiken über den Aktienmarkt, in welchen Monaten der gut läuft, in welchen nicht. Da kann man sich zu jedem eine Erklärung suchen und darum gebe ich nicht allzu viel drauf. Auch die Frage, Wahljahr nicht, Wahljahr hat das irgendwelche Auswirkungen. Ich traue nicht drauf. Was ich aber beobachte, was ich spannend finde, ist, dass nach diesem Run auf die Magnificent Seven eine Umkehr stattgefunden hat. Dieser Run lief ja bis Ende Oktober. Und er hat mir schon wehgetan. Denn ich finde die ja klasse, diese Magnificent Seven, aber nicht alles gleichmäßig gut. Und als ob der Rest des Marktes nicht existieren würde. Der Rest des Marktes ist ja fast vollständig ignoriert worden. Und dann beobachte ich fast pünktlich zum 1. November, dass der Markt sich dreht und dass wieder kleinere, interessante Titel wieder gekauft werden. Und das beobachte ich jetzt gerade im Januar, Februar diesen Jahres, dass der Spaß an den normalen Aktien, die nicht zu dem Magnificent Seven gehören, wieder zugenommen hat. Und das sehen wir mit dem Übernahmeangebot, das für die Morphosis abgegeben wurde in Deutschland. Da sieht man, aha, da interessiert sich jemand wieder für die einzelne Firma. Wir haben öfters mal Kurssprünge gehabt von 20 bis 30 Prozent bei kleineren Aktien, weil die irgendwelche guten Nachrichten gebracht haben. Und so merke ich, dass in der Fläche wieder ein bisschen Leben entsteht. Und dazu gehört eben das Interesse an den einzelnen Aktien für den normalen Investor, Übernahmeangebote, also M&A-Aktivität. Bei der Loxitan haben wir das neulich zum Beispiel gesehen. Und das sind alles Zeichen dafür, dass der Markt sich normalisiert. Und das tut mir als Anleger gut, weil ich ja dann doch eher der Rosinenpicker bin. Darum, ich freue mich über die Normalisierung. Diese gleichgeschalteten Märkte, wie wir sie letztes Jahr hatten, tun weh und schaden auch der Wirtschaft am Ende. Ist die große Show der Magnificent Seven nun vorüber? Ich befürchte, dass die Magnificent Seven von ihrer Dominanz her als Ganzes sicherlich erhalten bleiben. Das sind Firmen, die unglaubliche Datenmengen haben, nah am Konsumenten sind, die Daten sehr gut auswerten und damit dem Konsumenten was bieten, was kleinere Firmen nicht bieten können. Es ist kein Zufall, dass die alle in Amerika zu Hause sind mit einem großen, großen Heimatmarkt. Das ist überwiegend IT, was wir da beobachten. Ob das eine Amazon ist, ob das eine Alphabet ist, auch eine Apple, die nicht ganz so offensichtlich mit diesen modernen Themen umgehen, aber das in der Kundenverpackung gut anbieten. Und dann haben wir eine Firma dabei, Tesla, die produzieren physische Dinge und machen das in revolutionärer Weise hochinteressant und spannen und stellen manchmal alte Doktrinen auf den Kopf. Zum Beispiel mit diesen Aluminiumdruckgustteilen, die kein anderer kann im Moment. Mit ihren aggressiven Kostensenkungen. So, die haben sich ein Feld hineinbegeben, in dem es knüppelhart zugeht, nämlich dem Bereich der Elektromobilität. Das ist an sich ja nichts Kompliziertes. So ein Elektromotor ist ja viel einfacher im Aufbau als ein Verbrennungsmotor. Beim Verbrennungsmotor, wenn ich hier reingucke, ob das die Zündpunktsteuerung ist, ob das die Nockenwellenoptimierung ist, da ist so viel alte Technik drin. Und dann kommt so ein Elektromotor daher und der ist schlicht und einfach und billig herzustellen. Und von daher, von seiner Einfachheit her, ist die Elektromobilität eigentlich der Gewinner der nächsten Jahre. Jetzt haben wir aber noch diese Batteriekosten. Und an den Batteriekosten kommt China ins Spiel. China ist der Weltmarktführer bei Batterien, will der Weltmarktführer dort bleiben und drückt brutal auf die Kosten. China will uns das Leben schwer machen im klassischen Autobau. Und da ist natürlich das allererste Opfer, neben den westlichen Firmen, ist es Tesla. Denn da findet der Krieg statt. Wer ist der beste Anbieter im Elektroautobereich? Und die Leute bei Tesla sagten mir, als ich die Fabrik mal angesehen hatte, dass nur BYD und Tesla überhaupt Geld verdienen im Elektroautobereich. Und wenn jetzt BYD hier in den Markt reindrängt, macht die Tesla das Leben schwer. Und dann schaue ich dann in der S-Bahn-Station. BYD macht Werbung. Wir haben Elektroautos und wir können auch liefern. Da gibt es keine Wartezeiten. Als ich bei der IAA vor ein paar Jahren bei VW nachfragte, kann ich jetzt diesen ID.3 bestellen? Ja, das dauert noch ein paar Jahre. Als ich bei BMW war, ja, das ist so ein Modell hier, aber den haben wir noch nicht lieferfähig. Die Schnelligkeit der Chinesen und die gleiche Aggressivität macht Tesla das Leben schwer. Und darum glaube ich, Tesla hat Chancen. Aber ob sie der dominante Gewinner werden, das weiß ich nicht. Tesla ist stark von der Konsumentenkunst abhängig. Wenn ein Modell wie der Cybertruck mal nicht so laufen sollte, dann tut das der gesamte Firma weh. Das ist bei Software anders, aber bei Autos ist das so. Und darum glaube ich, wenn Tesla in der Popularität nachlässt, wenn der chinesische Druck weiter zunimmt, dann tut sich Tesla schwer, bei dem Magnificent Seven zu bleiben. Toyota hat dieser Tage eine Studie vorgelegt und erklärt, dass Elektrofahrzeuge am Weltmarkt nur 30 Prozent ausmachen werden. Müssen wir Auto jetzt ganz neu denken? Also diese Studie von Toyota ist interessant, weil auch Toyota immer ein Nachzügler war in dem Bereich. Die haben es halt in Prius, aber sonst haben sie nicht aggressiv auf Elektromobilität gesetzt und müssen das irgendwie rechtfertigen. Und dann passt natürlich so eine Studie gut ins Bild. Ich bin mir unsicher. Ich bin auch technologieoffen. Ich sehe nur die extreme Simplizität dieses Elektromotors und glaube, der ist einfach kostenmäßig in anderen Antriebsformen überlegen. Sehe dann aber auch, dass in Ländern wie Afrika vielleicht dann doch der Strom nicht vorhanden ist, den man bräuchte. Darum, es kann gut sein, dass wir ganz andere Lösungen finden. Hybridlösungen, wie sie Toyota suggeriert, die sind definitiv teurer, weil ich immer mehrere Komponenten zusammenpacken muss. So, jetzt komme ich gestern von einem Besuch aus Paris zurück, wo ich mir eine Firma angeschaut habe, die aus dem Abgasen von Müll, von Mülldeponien auch Methanol produzieren kann. Sie machen Methan, aber sie können auch Methanol produzieren. Und dann denke ich, ein Treibstoff, den ich einsetzen kann für die Verbrennung oder für die Brennstoffzelle im Elektroauto, ist ja auch eine Variante, kostet ja nichts. Das Gas aus der Mülldeponie ist ja da und das habe ich praktisch kostenlos zur Verfügung. Da wird sich im nächsten Jahr noch viel rausbilden an alternativen Lösungen, ob das Wasserstoff ist, ob das Methanol ist, ob das der klassische fossile Brennstoff ist. Das in Kombination mit Elektro ist durchaus vorstellbar. Darum bin ich da offen. Ich sehe nur die enormen Kostenvorurteile des Elektromotors in Ländern, die eine gute Ladeinfrastruktur haben. Wasserstoff als Energiequelle der Zukunft. Die Aktien der entsprechenden Unternehmen haben aber massiv an Wert verloren. Ändert sich das nun? Also der Wasserstoff wird kommen, aber nicht unbedingt für die Stromerzeugung in Deutschland. Also wir denken immer, das muss alles hier im eigenen Land passieren. Wir müssen die Sonnenenergie hier nutzen und die Windenergie. Wir können doch auch Energie weiterhin importieren. Wir haben immer Energie importiert. Das ganze Öl ist importiert. Warum sollen wir nicht auch Wasserstoff importieren? Das in Deutschland zu produzieren, ist etwas schwachsinnig, meiner Ansicht nach. Kommt es überhaupt? Zum einen beobachte ich, dass viele Anbieter Probleme haben. Die kriegen die Technik nicht hin. Und ich lese so über die Anlagegrößen. Also was verkaufen die für Anlagen? Zwei Megawatt, zehn Megawatt. Also das sind so bessere Stadtteilversorger, die da gebaut werden. Und dann lese ich jetzt gestern auch nochmal wieder Salzgitter mit seinem neuen Stahlwerk. Das Stahlwerk soll komplett grün werden. Und die werden nächstes oder übernächstes Jahr einen Elektrolyseur brauchen, um das Eisenerz grün zu bekommen. Und wenn es dann grün ist, also wenn praktisch der Sauerstoff rausgelöst ist, kann ich direkt eigentlich in die Stahlproduktion mit dem Elektrohochofen einsteigen. Und da stehen Namen oder Größenordnungen von 100 Megawatt und 400 Megawatt. Wer baut die denn eigentlich? Und da beobachte ich, dass die Zahl der Anbieter gar nicht mehr so groß ist, die das können. Einige packen das einfach nicht. Andere packen das recht gut. Warten auf die Aufträge, die jetzt in absehbarer Zeit reinkommen. Also da glaube ich, da gibt es so einen großen Boom bei den Aufträgen. Mit Wasserstoff für die Energiespeicherung. Das kann man in Form von Ammoniak liefern. Mit Wasserstoff als Quelle für die Düngemittel. Ein ganz wichtiger Faktor. Mit Wasserstoff als Quelle für den grünen Stahl und das grüne Aluminium. Und nicht unbedingt Wasserstoff als Treibstoff für Schiffe oder Autos. Welche Unternehmen werden das denn sein, die den Markt künftig beherrschen? Nun, es gibt zwei verschiedene große Techniken, marktgängige Techniken für die Wasserstoffproduktion. Das ist zum einen die alkalische Lösung, die also die Firma Nucera, diese ehemalige Krupptochter oder Krupptochter, in Saudi-Arabien hinstellt. Das ist eine großindustrielle Lösung, die wahrscheinlich funktioniert, die aber gleichmäßige Auslastung braucht. Also der Sektor ist besetzt und Nucera ist sicherlich einer der Anbieter, die das können. Wir haben dann den anderen Bereich, der PEM-Wasserstoffproduktion. Das sind Membranen. Die Membranen werden geschichtet, wie so ein Baumkuchen und es sprudelt praktisch Wasserstoffgas daraus. Die können hoch und runter gefahren werden, wie man es zum Beispiel bei einem Sonnenkraftwerk braucht, wo ich mittags produziere und nachmittags kein ausreichend Licht da ist. Und da haben wir selber ein paar Favoriten. Das eine ist eben die ETM Power in England, die glaubhaft unter anderem für Linde solche Projekte realisieren. Oder es ist eine Bloom Energy, die das können. Und es gibt noch weitere Anbieter. Einige von den großen Namen werden es nicht packen, meiner Ansicht nach. Namen, die gehypt wurden an der Börse, die haben sich mit den Kosten vielleicht übernommen, die kriegen die Projekte nicht richtig ganz laufen. Darum würde ich auch Firmen setzen, die die Technik auch über viele Jahre hin beherrschen und nicht mal so eine Demoanlage hingestellt haben und große Worte verkündet haben. KI hat an der Börse eine nahezu unbeschreibliche Euphorie ausgelöst. Ist das Thema nun ausgereizt? Ich gehe von einer unfassbaren Entwicklung in der KI aus. Eine Entwicklung, die wir als Menschen gar nicht verstehen können, weil sie so groß ist. Das hört sich jetzt sehr vermessen an. Wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, dann haben wir so ein paar große Schübe gehabt in der Industrialisierung. Das war mal die Dampfmaschine, dann war es mal die Eisenbahn, dann war es mal der Strom, die Kommunikation mit den Netzen, mit den Telefonnetzen zum Beispiel. Dann kam das Internet. Etwa um 1995 wurde das marktfähig und das hat unser Leben ja in den letzten 30 Jahren massiv verändert. Am Anfang dachte man, da kann man irgendwelche Speisekarten online anbieten und effektiv hat sich ja alles verändert. Bei jeder Uber-Buchung ist das Internet wichtig und dominant. Jetzt kommt die künstliche Intelligenz und wir sehen so den ersten Ausläufer. Und das erinnert mich an das Internet 1995. Die KI, die wir jetzt sehen, das ist so der erste Blick in das, was kommen könnte. Was mich da so überwältigt bei dem Thema, ist, dass das Tempo der KI etwa um den Faktor 10 pro Jahr sich beschleunigt. Bei den Computertrips haben wir immer gesagt, das ist das Mursche Gesetz. Alle anderthalb Jahre eine Verdopplung der Leistung. Das ist ja nett. Und es geht ja auch immer weiter und immer weiter und immer weiter, seit 50 Jahren sicherlich. Bei der KI ist der Faktor 10 und 10 ist unfassbar groß. Und wir erleben fast jedes halbe Jahr, dass wir wieder mal erstaunen, was die künstliche Intelligenz kann. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich meine, ich gebe jetzt bei Google richtig Fragen an. Langtext. Gib mir eine Rangliste mit den Top 5 Firmen in dem und dem Bereich. Und ich kriege Antworten, die schon ganz gut sind. Vor einem Jahr ging das noch nicht. So, und jetzt kriecht diese künstliche Intelligenz in das Alltagsleben vieler Menschen hinein. Ich kann sagen, liebe KI, schreib mir doch bitte einen Text mit folgenden 5 oder 10 Stichworten. Oder ich plappere in dieses neue Tool Audio Pen hinein. So ein paar Ideen, die mir so kommen. Und das müsste ich auch noch und da auch noch und in einer beliebigen Sprache. Und der macht mir eine kurze Zusammenfassung von den Punkten, die wichtig waren, in dem ich plappere, dass ich gerade losgeworden bin. Also wir fangen an, nicht nur Daten abzurufen, die ich irgendwo im Internet finde, sondern auch wichtige Punkte herauszuarbeiten, Tonalität zu beurteilen, ist das positiv, ist das negativ, Schlussfolgerung zu ziehen. Und warum sollte nicht die KI meinen juristischen Fall bearbeiten und einfach sagen, hier an diesem Thema gibt es verschiedene Urteile schon, schau doch mal dort und dorthin. Das bedeutet aber im Regelfall, dass man dann so agieren muss. Darum ist ein anderer Argument. Also logisch argumentieren für einen Juristen, das wird die KI in ein paar Jahren können. Sie wird mir ein Haus designen können, wo ich sage, ich hätte gern ein Haus am See und bitte mit einer großen Glasfront und die Autoeinfahrt, bitte links unten und rechts oben die Wohngegend. Und er wird mir das hinsetzen und ich werde korrigieren können da dran. Sie will mir aber dem Arzt helfen, zu sagen, unter den Tausenden von Krankheitsbildern ist bei dir wahrscheinlich folgende Krankheit vorliegend. und darum sollte man folgende Behandlung und so weiter. In vielen, vielen Berufen, wo wir heute Fachkenntnis haben, wird die KI den durchschnittlichen Freiberufler oder Angestellten übertreffen. Wahrscheinlich nicht die Spitzenkraft, nicht den Experten, aber den durchschnittlichen Nutzer. Und wir hatten, in den früheren technologischen Epochen wurde einfach menschliche Kraft durch Maschinenkraft ersetzt, durch elektrische Kraft. Die Kommunikation wurde erleichtert, die Kommunikation wurde durch das Internet erleichtert. Jetzt wird das Hirn ersetzt durch eine neue Intelligenz, die uns überlegen sein wird in ein paar Jahren. Und das ist unfassbar und revolutionär. Nun heißt es, dass die Hersteller von Hardware weniger von KI profitieren werden als die Nutzer der Software. Teilen Sie diese Auffassung? Ja, diese Beobachtung ist wahrscheinlich richtig. Es gibt diesen einen Satz, ich glaube, das war Marc Andresen, Software eats the world. Und ich beobachte das in Bereichen, wo ich dachte, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Es gibt eine deutsche oder schwedische Firma, die zum Beispiel die Stromnetze optimiert und plötzlich brauche ich 30 Prozent weniger Stromnetze, nur einfach, weil die Steuerung, die Verteilung intelligent prognostiziert wird mit KI. Die Software verändert den Krieg in der Ukraine, weil mit AI-Software die Bereitstellung von Artillerietechnik innerhalb von wenigen Sekunden passiert, anstatt von in Stundentakt. Überall geht die Software hinein mit ihrer Intelligenz und verändert die Welt. Die Software hat die Daten und mit den Daten kommt auch Macht. Nun ist die Hardware eminent wichtig. Sie ist sehr teuer, sie stuckt unglaublich viel Strom, ohne Hardware geht es nicht. Aber die Machtverschiebung geht immer zur Richtung Anwendung, Nutzung und da sitzt die Software bereits. Darum glaube ich, Software eats the world und die Zukunft liegt eher bei den Softwarefirmen, bei den Anwendern, als bei den Hardwareanbietern. Also würden Sie eine Microsoft oder eine Google der Aktie von Nvidia vorziehen? Microsoft, Google, Apple sind alle nah dran am Nutzer, haben die Daten, haben die KI und werden dort dominant bleiben. Bei einer Nvidia ist das ein etwas anderes Spiel. Nvidia macht Hardware. Was wirklich faszinierend ist bei Nvidia, die gehen stark in die Anwendungen rein. Ich war jetzt auf einigen Entwicklerkonferenzen von Nvidia und meine Kollegen auch und die kultivieren den Kontakt mit den Softwareentwicklern. Die sagen, hier habe ich eine Plattform, die ist super einfach zu benutzen. Also für mich nicht, aber für die Profis ist sie super einfach zu benutzen. Man setzt seine Standards auf die Nvidia-Standards. Nvidia geht zu den Autoherstellern und sagt, hier, ich habe die Software, damit kann dein Auto autonom fahren. Und plötzlich bin ich in der Abhängigkeit von Nvidia. Nicht, weil die Hardware das tolle ist, sondern weil die Software so gut ist. Also Nvidia spielt das sehr, sehr geschickt, gibt viele kostenlose Geschenke im Bereich der Software und dann arbeitet man damit und gewöhnt sich daran. Darum ist Nvidia im Grunde eher ein Anwender als ein Techniklieferant. Die Aktienmärkte zeigen sich unbeeindruckt von der Tatsache, dass die Zahl der erwarteten Zinssenkungen inzwischen reduziert wurde. Wie positionieren Sie sich? Also ich gehe nicht von starken Zinssenkungen aus, weder in Europa noch in den USA, weil ich einfach denke, dass die Knappheiten am Markt weiterhin bestehen. Knappheiten bei den Arbeitskräften als ein Beispiel. Und mit den Zinsen versucht man ja, die Konsumlaune ein bisschen anzuheben. Aber was soll ich da anheben, wenn ich im Restaurant kein Personal habe? Das heißt, ich habe Druck, inflationären Druck weiterhin. Man kann nicht sagen, dass die Inflation zu einem Ende gekommen ist, sie ist runtergekommen. Ich schaue mir einfach die deutschen Komponenten der Inflationsentwicklung an. Und wenn ich mir den Durchschnitt dieser Komponenten angucke, dann liege ich bei Kostensteigerung von sieben bis acht Prozent. Und da geht eben das Fischfilet ein, genauso rein wie der Bildschirm und wie die Schuhsohle, die ich mir machen lasse. Wo kommt Kostendruck her und warum ist die Inflationsrate im Moment eher bei zwei bis drei Prozent? Über die Importe. Also China-Importe ganz wesentlich, die die Preise in Deutschland nach unten drücken. Aber im Inland, da wo die Zinsen ja auch wirken, haben wir keine echte Entspannung. Und darum kann auch die Notenbank in Europa und in den USA die Zinsen nicht wirklich senken, weil sie würde dann die Inflation weiter anheizen. Darum gehe ich eben von vielleicht moderaten Zinssenkungen aus, aber keinen drastischen. Aber zu Ihrer Frage nochmal zurück, die Börse. In der Börse ist ja alles zu finden. Da haben wir das uralte Stahlwerk, das moderne Stahlwerk und ich habe die IT vom Allerfeinsten. Was ich gerade jetzt auch in den letzten Monaten wieder beobachte, ist, wie viele unglaublich spannende Firmen ihr Geschäftsmodell weitertreiben und drastisch wachsen und den etablierten Branchen das Leben schwer machen. Man kann in den alten Branchen gutes Geld verdienen. Ich meine, ich muss weiter essen und trinken und ich muss weiter meine Wäsche waschen mit Waschmitteln. Und das alles bleibt und ist auch teilweise nicht überteuert. Also man kann dort gut investieren und auch sehr stetig investieren. Aber die exklusiven Bewegungen finden bei häufig mittelgroßen Firmen statt, die Dinge revolutionär anpacken und davonziehen. Also es ist eine zweigeteilte Welt. Man sollte beide Sektoren betrachten und auch in beide Sektoren investieren. Die Krisen in China sind real, aber irgendwie doch noch nicht angekommen und an den Weltfinanzmärkten. Droht da noch Ungemach? Ja, zu China muss man zwei Dinge sagen. Einmal, wir haben, China ist die wahrscheinlich zweitmächtigste Nation der Welt und eine der größten Nationen der Welt und an China geht kein Weg vorbei. Und China hat 5000 Jahre Geschichte und China war immer das Reich der Mitte und fühlte sich immer als das Zentrum der Welt. Und dieses China hat nun Macht und hat Geld und hat Militär und sagt, ich will anerkannt werden in meiner Rolle, meinen Platz in der Mitte, ich will Respekt. Und das führt dazu, dass China militärisch mit dem Säbel rasselt und speziell in Taiwan sagt, Taiwan gehört eigentlich zu China und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Taiwan wieder zurückkommt. Und dann werden vietnamesische Fischerboote bedrängt und man geht auf irgendwelche unbewohnten Inseln, um einfach dort seine Dominanz zu zeigen. Das macht mir schon Sorge, weil das kann auch schiefgehen. Wenn da ein militärischer Konflikt entsteht, kann der eskalieren und der kann sehr, sehr unangenehm werden. China ist auch ein vorsichtiges Land. Immer wenn ich in Sun Tzu die Gunst des Krieges einschaue, dann denke ich, die Chinesen gehen listig vor, wenn sie militärische Ziele haben und nicht frontal. Bei den Amerikanern haben wir immer diese Hauruck-Mentalität, jetzt hauen wir mal drauf und zeigen denen, wer hier der Chef ist. Und die Chinesen sagen, das ist mir ganz egal, ich will nur die Macht gewinnen und meinen Einfluss gewinnen. Und das machen die Chinesen subtiler als die Amerikaner. Die forcieren eigentlich ihre Macht so, dass man gerne sagt, ich will lieber zu deinem Lager gehören als zum anderen Lager. Und wenn das so kommt und wenn die Chinesen weiter ihre Macht so subtil ausspielen, dann können wir das akzeptieren, weil es nicht in militärischer Eskalation bindet. Das ist sozusagen das militärische, politische China. Dann haben wir das kapitalistische China, das inzwischen die größte Exportnation der Welt ist. Ich habe nochmal nachgeschaut, etwa 3000 Milliarden Euro werden da jedes Jahr exportiert. Das ist etwa ein Dreiviertel des deutschen Bruttosozialprodukts. Das ist so unfassbar viel, was die in den Rest der Welt exportieren. Und die nehmen nun diese Exportwirtschaft und die Inlandswirtschaft gängelt an die Hand und sagen, produzieren dürft ihr, aber ihr dürft nicht Eigentümer sein. Wenn ich dazu dominant wäre, als Eigentümer, kommt der Staat und bestraft mich und ich verschwinde mal ein Jahr, ohne dass man weiß, wo man hingeht. Und das hat im chinesischen Kapitalmarkt sehr geschadet. Viele chinesischen Aktien sind etwa nur ein Viertel so teuer wie ihre amerikanischen Gegenstücke, weil einfach kein Mensch mehr in diesem Land Geld anlegen möchte, weil die Rechtsunsicherheit so groß ist. Seit etwa einem Jahr meine ich zu beobachten, dass die Chinesen das erkannt haben und das allmählich lockern. Und sagen, okay, Ausländer dürfen ohne Visa rein, die Börsenumsatzsteuer wird erlassen und wir wollen eigentlich, dass der Kapitalismus wieder blüht. Investiert doch bitte hier bei uns im Land. Das ist zu zaghaft. Es muss mehr Rechtssicherheit da sein für die Investoren. Von daher glaube ich, dass der Trend weiter zunehmen wird. Ich hoffe, dass Xi Jinping das versteht auch. Bis dahin ist China für mich ein Aktienland, das tolle Firmen hat, die im Moment super billig zu haben sind. Und meine These ist, dass der chinesische Aktienmarkt sich wieder erholen wird. Denn er ist so billig wie kaum ein anderer Aktienmarkt und bietet so viel wie kein anderer Aktienmarkt. Also ich bin grundsätzlich optimistisch für den chinesischen Aktienmarkt. Nach drei so schlechten Jahren müsste es eigentlich wieder nach oben gehen. Gilt das auch für den Hang-Zeng-Index? Der Hang-Zeng ist ja noch billiger als der chinesische Hauptmarkt. Hang-Zeng ist auf alle Fälle ein guter Weg in den chinesischen Markt. Nun, mein Geschäft ist es ja, Fonds anzubieten. Und wir haben ja chinesischen Aktienfonds, das kann ich jedem nur empfehlen. Aber als Markt ist der Hang-Zeng schon mal ziemlich gut. Also viele Haupt-, also Mainland-China, also Firmen aus der Volksrepublik, sind ja im Hang-Zeng gelistet. Und von da ist es ein relativ guter Weg für den Privatanleger auch da rein zu gehen.